Bei Eintracht Frankfurt arbeiteten Niko Kovac und Ante Rebic in der Vorsaison erfolgreich zusammen. Nachdem der Trainer im vergangenen Sommer zum FC Bayern wechselte, trennten sich die Wege. Nun will Kovac seinen einstigen Schützling offenbar nach München lotsen. Informationen von Sky zufolge hat der Bayern-Coach den Wunsch nach einer Verpflichtung des Flügelstürmers der kompletten Planungsrunde in München zum Ausdruck gebracht. Demnach wollte Kovac den kroatischen Nationalspieler schon zuvor unter Vertrag nehmen. Ein Wechsel im Sommer 2018 scheiterte aber am fehlenden Standing des damals neuen Trainers in München. Nun gehe Kovac mit mehr Selbstvertrauen in die Gespräche mit der Klubführung, heißt es. Rebic kommt in der laufenden Bundesliga-Saison bislang auf 13 Scorer-Punkte. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis Sommer 2022. 20. Ante Rebic wegen Hasen-Otui Verletzung wieder im Fokus des FC Bayern. Zuletzt hatte auch der Kicker berichtet, dass Rebic für die Bayern erneut ein interessanter Kandidat ist. Hintergrund ist die schwere Verletzung des eigentlichen Wunschspielers Callum Hasen-Otui vom FC Chelsea. Der 18-Jährige fällt wegen eines Achilles-Szenenrisses lange aus. Neben Rebic ist laut Sky auch weiterhin Nikolas Pepe von Oschklila ein Kandidat beim FC Bayern. Der EIWA-Vertrag bis 2022 brilliert mit bislang 33 Torbeteiligungen in der Ligue 1. Nur Superstar Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain ist besser. Dass Pepe im Sommer den Tabellenzweiten verlässt, gilt als sicher. Unklar ist allerdings noch, welcher Klub den Zuschlag bekommt. Scheitern könnte der Transfer zum FC Bayern an der hohen Ablöseforderung, die bei rund 80 Millionen Euro liegen soll. Eine weitere wichtige Personalie für die Zukunft des Rekordmeisters ist weiterhin Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Zwar schob Sportchef Rudi Völler einem Transfer im Sommer unlängst einen Riegel vor. Allerdings sei der deutsche Rekordmeister noch immer stark daran interessiert, den 19-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, so Sky. Anders verhalte es sich bei Teamkollege Julian Brandt, der momentan nicht im Fokus der Bayern stehen soll. Vielmehr wird der Mittelfeldspieler, dessen kolportierte Ausstiegsklausel 25 Millionen Euro beträgt, mit dem BVB in Verbindung gebracht. Abgekühlt ist offenbar zudem das Interesse an Eintracht-Torjäger Luke Jovic. Hintergrund ist laut Sky, dass der Serbe bereits eine Einigung mit Real Madrid erzielt haben soll. Als gesichert gilt der Wechsel von RB Leipzigs Timo Werner zum FC Bayern, heißt es weiter. Der Angreifer habe sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern auf einen Transfer verständigt. Allein eine Einigung zwischen RB Leipzig und dem Bundesliga-Tabellenführer stehen noch aus.